Wer ist Ihr deutscher Lieblingskicker im Ausland? Diese Elf sind nominiert zum Fußballbotschafter. Etwa Lukas Podolski, der in Istanbul Top-Torjäger und Publikumsliebling ist. Mögen Sie Kevin Trapp, der bei Paris Saint-Germain erfolgreich ist und sehr, sehr glücklich. Halten Sie es mit Toni Kroos, der bei Real Madrid im Mittelfeld die Fäden zieht? Oder mit Sami Khedira, der in Turin scheinbar unglaublich viel zu lachen hat? Oder wer dieser Elf nominierten ist Ihr Fußballbotschafter 2017? Wählen Sie auf www.fussballbotschafter.de www.fussballbotschafter.de